Leute, ich bin unten an der Scheune, ne? Okay. Okay. Ich sehe den. So. Ich versuch, dass sie mich nicht sehen. Ich gehe in die Scheune und warte, dass sie in die Scheune kommen, Leute. Alles klar. Also mich hat noch keiner gesehen. Nee, ich glaube, die haben uns noch nicht wahrgenommen. Die sind viel zu beschäftigt mit sich selbst und Zombies. Denk ich mal. Bleib bitte leise. Macht leise Steps. Wo ist der Rest? Ich bin in der Scheune. In der Scheune. Ich sehe hier keine Waffen an denen. Der hat ein... Doch einer. Einer hat eine Flinte. Ich schieße. Alter, Alter. Da hat jemand eine Waffe. Zwei haben eine Waffe. Einer hat eine Pistole. Pass einfach auf, Ressy. Ich kann... Pass auf, ich komme. Einer geht ins weiße Haus. Und der andere ist... Ich bin immer noch in der Scheune, ja. Hast du denn einen um? Nein, ich habe keinen um. Im weißen Haus hat einer eine Pistole. Den gucke ich gerade genau an. Einer hat noch einen Sprottflint oder so. Mir fällt gerade aus. Pass auf, Ressy. Bleib offensiv. Du kannst nicht fernschießen. Es sind drei weiße Häuser. Rechts. Ganz rechts im Haus. Der hat einen Hit gegeben. Ganz rechts im Haus. Einer ist down. Nice. Da muss noch einer sein. Da muss noch einer sein. Da drin ist einer. In diesem Haus ist einer. Definitiv. Ein Bein. Ich gehe mal raus aus der Scheune. Ich gehe rechts. Nein, nein. Da waren drei. Einer wird dich flankieren. Pass auf. Da kommt jemand in die Scheune. Der muss mit Zombies. Fang den ab. Wir hin. Der rennt weg, der eine. Der hat keinen Bock mehr. Beide rennen weg. Ja, ich laufe hinterher. Pass auf, Ressy. Du hast einen Zombie angelockt. Nimm den Zombie lieber. Nein, ich will den Pister haben. Der Zombie hat angehalten. Schieß einer auf den, ja? Einer getroffen, einer. Hast du noch, Moni? Ressy, warte. Ich habe gerade keine Muni mehr. Ich muss sie kippen. Jetzt habe ich schon Muni mehr. Der ist hinten am Berg. Der rennt hoch. Ah, nee. Quatsch. Sorry. Das ist ein Zombie. Loot sich hier mal. Loot hier mal. Ja, er hat nichts passiert. Hast du ihn? Ja, er ist down. Schön. Aber hier fehlt noch irgendwo einer, glaube ich. Ja, denke ich auch. Össi, hast du Muti? Nicht wirklich. Warte mal, warte mal. Picke alles auf, was ich nicht mehr aufpicken kann. Null Amor, guck mal, pick mal hier das Gewehr auf, bitte, ich hab jetzt noch, brauchst du Amor, warte, warte, ich hab Amor, ich hab Amor, aber da waren noch drei angeblich, also ich hab nur zwei, also eine, eine Pistole habe ich jetzt aufgehoben, ja, eine habe ich gelootet, also du musst noch einer in der Nähe sein, Leute, wie du sagst, ich bin jetzt, ich renne jetzt nach unten aus dem Dorf raus, ja, ich sehe euch, das bin ich, ich muss hier irgendwo noch einer sein, also passt auf, bitte, weil der hat gerade geschrieben, weil, keine Ahnung, weißt du, lasst uns das Dorf klären, also wir könnten eigentlich runter kurz in die Safe Zone, ihr wollt, also ich will erstmal ins Dorf gehen und gucken, was da noch liegt, weil die kamen ja, guck mal, Scheune konnten die nicht abspecken. Nimm einen. Nimm den anderen. Oh Job. Okay, wir haben nun bald alles. Und da kommen noch welche. Oh, da ist gerade ein Rucksack getroppt. Lodge? Danke! Wir sind Hammer! Nee, das ist meiner! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich habe zweimal Cash gedroppt bekommen gerade vorhin Hier ist noch Zeug Oatmeal liegt hier, Leute Brauch ich nicht Ja, der Schibi aber Braucht ihr noch ein Medium Backpack? Ich habe drei Stück schon mittlerweile Ich habe drei Stück Medium Backpacks, Leute Ich weiß gar nicht mehr, wohin damit langsam, ehrlich Wie gesagt, hier liegt noch Oatmeal Oatmeal und ein Hammer Oh, jetzt habe ich auch Moneten gefunden Ihr zählt Mirs, Mirs Ich habe Ich habe Aber volle Kanne Hier liegt noch ein Drop, Leute Kommt mal bitte her Hier ist ja einer im Haus gestorben Den haben wir voll vergessen, das war nämlich der dritte Kommt mal her Guck mal her, hier liegen noch weiße Masken und so Und so Da im weißen Haus? Ja, in dem weißen Haus, wo ich hier war Ja, da waren auch eine Chirico Hier liegt noch Hier liegt noch CO1 Spritze und zwei Masken Genau Hier habe ich liegen gelassen, vorhin Ja Habt ihr jetzt alles abgesucht? Alle Häuser und so? Ja, haben wir Hat jemand noch ein 9mm Magazin? Nein, leider nicht Auf meiner Bank habe ich noch drei Stück Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch, wie gesagt, direkt in die Safe Sauna Wow, was ist denn das da unten? Yay, zieh dir das rein Was denn? Die Stadt rein Die neue Stadt Und hier Da werden wir nachher auf einmal hingehen Wenn Vielen Dank.